Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio von InfraDest, die MAP, Reinhard Schlinkert. Herr Schlinkert, Sie haben uns mitgebracht, ganz, ganz frisches Material rund um die Entscheidung in Thüringen oder sagen wir mal die Entscheidung in die eine Richtung, jetzt dann mutmaßlich in die andere Richtung. Und Sie haben zum Beispiel gefragt, wie findet Deutschland, also die von Ihnen befragten, den Rücktritt von Thomas Kemmerich als Ministerpräsident? Ja, wir haben also heute dann sofort losgelegt und bis heute Abend gefragt, kurz bevor die Sendung war und Sie schauen selbst, was die Menschen in Deutschland sagen. Interessant, zwei Drittel sagen, ja, das war richtig, aber es gibt immerhin noch ein Viertel in Deutschland. Die sind anderer Meinung, die finden das nicht so toll. Gibt es da Unterschiede zwischen den Parteianhängern? Ja, aber klar, heftige. Besonders interessant finde ich, dass bei den FDP-Anhängern in der Bundesrepublik es eine Minderheit gibt, die sagt, diese Entscheidung war richtig, nämlich nur 38 Prozent. Eine Mehrheit, eine Relativ von 46 Prozent. Der FDP-Anhänger sagt, nee, die war falsch, die Entscheidung. Und dass die AfD sowieso sagt, zu fast 100 Prozent, also das war eine falsche Entscheidung, ist auch völlig klar. Aber die anderen stehen also geschlossen dagegen. Aber auch bei der Union sind es also nicht so 80 Prozent wie bei den Linken, der SPD und bei den Grünen. Da sind es zwei Drittel der Bevölkerung. Gut, blicken wir, wir bleiben weiter in Thüringen. Der Ausschluss einer Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland. Ja, ich finde das auch ganz interessant, wenn wir uns das mal anschauen, was die Menschen hier sagen. Sagen nämlich auch knapp 60 Prozent nur, das ist richtig. Der Rest sagt, ist falsch. Und dann gibt es noch welche, die sagen, von falsch zu falsch, soll man danach schauen. Ich finde das deshalb wichtig, denn wenn man so den ganzen Tag gestern und heute verfolgt hat, die Medien, Fernsehen, Radio, Zeitungen, hat man das Gefühl, ganz Deutschland ist einheitlich der Meinung. Das war falsch, das muss sofort rückgängig gemacht werden. Aber wenn man hier hinschaut, ist das ja doch schon ein bisschen differenzierter. Und gerade bei der FDP sind es nämlich nur ein Viertel der FDP-Anhänger, die sagen, wir halten das für falsch. Genau, blicken wir auf das. Sie haben ja noch genauer nachgefragt bei den FDP-Anhängern. Ja, schau mal, was die denken. Da sagen nämlich nur 25 Prozent ein Viertel. Es ist falsch zu sagen, man darf überhaupt nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Und immerhin sagen auch da, wie Sie sehen, 62 Prozent, dass man das von Fall zu Fall sich anschauen muss. Ist das bei den anderen Parteien auch so? Nee, das ist also nur bei der AfD. Und bei der AfD ist es ähnlich. Noch stärker, 80 Prozent der AfD, werden da sagen, natürlich, das ist falsch. Aber die FDP ist schon auffällig, dass da zwei Drittel sagen, dass man von Fall zu Fall anscheinend ist. Das gibt es sonst bei keinem anderen Parteien. Weder bei der Union, noch bei der SPD, noch bei den Linken, noch bei den Grünen. Da liegen die Werte bei allen, die sagen, das ist richtig, dass man nicht mit der AfD arbeiten soll. Also alle ab 70 Prozent aufwärts bis 82 Prozent bei den Linken. Und das, wo Christian Lindner so deutlich von dieser Brandmauer gesprochen hat. Interessant als Parteivorsitzender. Gehen wir weiter. Die Meinung zu den Parteien nach Thüringen. Klar, Sie haben vor allen Dingen nach den beiden Hauptbeteiligten gefragt, nach der CDU und der FDP. Ja, wollen natürlich wissen, was meinen denn die Leute? Nutzt es denn einer Partei oder schadet es denn einer Partei? Und wenn wir uns das gerade mal angucken für die Union, für die CDU und für die FDP, die jetzt als nächstes kommt, dann sieht man doch, dass wieder bei der CDU, man glaubt, dass ihnen geholfen hat. Aber es gibt 40 Prozent, die sagen, das hat die Situation verschlechtert für die CDU. Und bei der FDP sieht es ganz genauso aus. Das ist für die FDP natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben auch heute die Zahlen für die nächste Wahl in Hamburg übermittelt. Und da liegt die FDP im Moment auch nur bei 5 Prozent. Also das wären interessante Zeiten für die FDP. Viel Zeit ist nicht mehr das einzufangen. Blicken wir auf das, was ja ständig Teil der Befragung ist, nämlich die Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Ja, das ist jetzt natürlich nicht von heute befragt, sondern das ist die Woche über gefragt. Und da sehen wir auch, dass nach wie vor zwei Drittel, gut zwei Drittel der Bevölkerung unzufrieden sind mit der Bundesregierung. Da kann man auch mal drauf schauen, wo ist denn die Unzufriedenheit am größten. Und man sieht, dass... Gibt es da regionale Unterschiede? Ja, klar. Drei Viertel im Osten sagen, wir sind unzufrieden. Zwei Drittel im Westen. Das sind schon doch ganz interessante Unterschiede. Herr Politik wird viel über Köpfe gemacht. Da gibt es bei Ihnen das beliebte Spielchen Zufrieden mit der Arbeit von. Und dann sieht man die Bilder der Spitzenpolitiker der Bundesrepublik Deutschland vorneweg immer noch am beliebtesten, die Bundeskanzlerin. Ja, Sie sehen es ja selbst, die Reihenfolge Merkel, Maas, Jens Spahn, der ganz gut aufgeholt hat, weil um die über 80 Prozent sagen, man ist also sehr zufrieden damit, wie die Gesundheitsbehörden hier mit dieser Virusgefahr umgehen. Auch Christian Lindner ist noch ganz gut dabei. Und dann haben wir auch noch den Horst Seehofer. Gleich kommt noch mal eine ganze Fuhre von Politikern. Aber wir haben mal nachgeschaut, wie ist denn die Unterstützung... Genau, ich wollte sagen, kann man da irgendwas sagen über die unterschiedliche Unterstützung innerhalb der eigenen Reihen? Ja, das kann man machen. Da habe ich gerade mal die Rangfolge gemacht. Das ist natürlich jetzt alles noch letztendlich ohne dieses Thüringen und die Ergebnisse in Thüringen. Aber die Rangfolge ist interessant. Die größte Unterstützung hat immer noch Christian Lindner in seiner eigenen Partei. Dann kommt Olaf Scholz mit 79, mit 76 Prozent. Und dann kommt Angela Merkel, die mit 71 Prozent der eigenen Parteianhänger unterstützt wird. Und wenn man sich die Negativliste anguckt, vielleicht kommen wir jetzt mal die zweite Hälfte. Dann gehen wir auf die nächste Tabelle. Dann sieht man mit Frau Baerbock, sie ist noch eine ganze Menge zufrieden, aber es kennt sie auch nur die Hälfte der Bevölkerung. Aber wenn wir dann weiter runtergehen, dann sehen wir nämlich, dass die geringste Unterstützung in ihren Parteien mit 28 Prozent Frau Kramp-Karrenbauer hat. Und Norbert Walter-Borjans hat die zweitschwächsten Werte und die drittschwächsten Werte hat Bernd Rexinger in seiner eigenen Partei jeweils, was die Unterstützung angeht. Finde ich schon immer ganz interessant und guter Hinweis darauf, wie es Ihnen so geht. Besonders deshalb dürfte der Grupp auf Andergie Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende jetzt in diesen Stunden auch sehr groß sein, weil man erwartet auf das Ergebnis aus Thüringen, was da heute Abend vielleicht ja noch kommt. Kommen wir zur Königsfrage der Meinungsforscher, nämlich die Sonntagsfrage. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, das ist natürlich alles befragt worden, bevor in Thüringen dieses Erdbeben gestern losgetreten wurde. Na gut, gestern Nachmittag haben wir natürlich auch noch gefragt. Aber Sie haben ja die ganze Woche schon gefragt, oder? Ja, aber sicher nicht so, als wenn alle Menschen mittwochs Nachmittags vorm Fernseher säßen oder am Radio und hörten, was da in Thüringen so passiert. Ja, schauen wir uns mal die Sonntagsfrage an. Immer zu sagen, dass ein Drittel der Menschen natürlich uns sagt, wir wissen noch gar nicht, was wir wählen oder ob wir wählen, was wir wählen würden. Das sind die Leute, die uns eine Meinung gesagt haben und Sie sehen selbst, die Union ist unverändert bei 27 Prozent. Die SPD hat ein Pünktchen zugelegt auf 14, ist jetzt gleich auf mit der AfD. Die FDP bei 8, die Linken bei 9 und die Grünen bei 22. Regionale Unterschiede bei den einzelnen Parteien? Ja, da haben wir ja das bekannte Muster wieder, die AfD im Westen 12, im Osten 23, doppelt so viel. Bei den Grünen ist das genau umgekehrt. Da haben sie mehr als doppelt so viel im Westen, als sie im Osten haben. Aber noch eine kleine nette Zahl, wenn man sich die Wähler der AfD anschaut, das ist also deutlich maskulin und dominiert. 22 Prozent sagen, wir wählen die AfD, 22 Prozent der Männer und nur 6 Prozent der Frauen, die sagen, wir wählen die AfD. Und dann finde ich noch ganz nett, dass bei den Einkommensgruppen, die über 3000 Euro Haushaltsankommen haben, die Grünen mit 27 Prozent ganz weit vorne liegen. Offensichtlich ja auch einige Wähler, die Sie bei der Union inzwischen abgefischt haben, korrekt? Ja, natürlich. Aber ich finde es nur deshalb ganz interessant, weil natürlich die Leute, die Grün wählen und sagen, was wir alles tun können, teures Fleisch, teures Gemüse und sowas, zum Teil natürlich auch die sind, die es sich leisten können. Denn je höher das Haushaltseinkommen, je höher die Zustimmung zu den Grünen. Zu guter Letzt noch mal ein Blick auf Thüringen. Die Ereignisse, die da jetzt passiert sind, die es ja in anderen Zusammenhängen oder andere Ereignisse auch in der Vergangenheit in der Bundesrepublik schon gab. Wie wirkt sich sowas traditionell dann aus auf sozusagen die Zustimmung oder Zuneigung oder eben auch nicht für Parteien? Naja, also wir sehen, es ist ein ganz gemischtes Bild. Es ist ja nicht so, als wenn eindeutig alle Leute sagen würden, das war ganz, ganz schlimm und ganz, ganz falsch, was da passiert. Aber was man sich schon vorstellen kann, ist, dass für die FDP und wie wir auch gesehen haben für die CDU, dass sicherlich keine positiven Ausrichtungen haben wird. Aber wir haben ja auch schon gesehen, in Hamburg ist die CDU ganz schwach, die FDP ist auch ganz schwach. Das ist also nicht so dramatisch und wir haben ja dieses Jahr keine Bundestagswahl. Und in Thüringen hatten wir vorher schon etwas stärkere Linke bei einer Untersuchung am Ende letzten Monats und eine knapp leicht veränderte AfD. Es ist sehr schwer zu sagen, so oft haben wir als Demoskopen nicht die Möglichkeit, solche aktuellen Ereignisse sofort zu verdauen. Das dauert noch einen Moment. Aber deswegen danke ich umso mehr für die aktuellen Umfragewerte, die Sie uns oder Fragen, die Sie gestellt haben zum Komplex Thüringen. Herzlichen Dank, Reinhard Schlinkert. War mir ein Vergnügen.